wir sind ja schon so tüchtig gewesen wir sind schon bei der zahl 9 das ist ja wahnsinn ihr habt jetzt schon gelernt wie man das schreibt 9 und den bogen 9 rum so das dürft ihr alleine machen die magische 5 6 7 8 9 5 finger und 4 finger dazu 5 plus 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hier sind unsere würfel zählen wir mal die kegel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 so und so sollte es aussehen hier ist die zahl 9 am zahlenstrahl vor dem nächsten dicken strich neun kästchen ausgemalt neun kreise ausgemalt die zahl 9 nachgespurt so und jetzt decke ich nur ein teil auf ganz geheimnisvoll denn es ist sehr schwer es müssen sechs kugeln übrig bleiben jetzt gucken wir uns das noch mal an mit unseren muggelsteinen 1 2 3 4 5 4 darunter oder die vier wandern daneben in eine reihe 5 plus 4 sind neun 5 5 plus 4 unsere würfel 5 plus 4 oder aber wer sagt ich weiß noch was anderes 6 plus 3 geht auch gehen wir mal wieder zurück zu unseren 5 plus 4 so gucken wir uns das mit unseren plötzchen an 5 plus 4 5 plus 4 ich kann wieder zaubern genau 5 plus 2 plus 2 ist auch 9 nimm deinen block und versuche ganz viele aufgaben zur zahl 9 zu finden 9 zu finden tschüss